so hallo ich habe gedacht ich melde mich noch einmal am letzten tag vom jahre 2012 denn heute abend werde ich höchstwahrscheinlich keine zeit mehr für so ein kleines video haben ich möchte mich in erster linie für alle abonnenten also besonders die treuen abonnenten bedanken die mich begleitet haben unter dem kanal mister tumi tun ich bedanke mich auch bei den neuer abonnenten seit gestern abend und ja möchte euch natürlich noch mal auf meinem neuen youtube kanal dr ubuntu 1 aufmerksam machen da wird unter ja unter anderem im nächsten jahr sehr viele videos rund um linux distributionen geben falls ihr da interesse habt und mal reinschnuppern möchtet könnt ihr ja mal gerne ein zwei videos anschauen und den kanal eventuell abonnieren so und auch unter dr ubuntu habe ich seit gestern neue abonnenten auch an denen möchte ich meinen dank aussprechen ja ich hoffe im nächsten jahr seid ihr fleißig dabei kommentiert und interagiert mit mir bis zum nächsten mal wir sehen uns bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.